Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von 1 vs. 1 mit dabei ist wieder Bächter. Ja, wir haben heute in dieser 1 vs. 1 mit ein paar Sachen neu jetzt. Also einen neuen Anfangs-Loot-Start und ein neues Gebäude. Warte mal kurz, guck mal mit, ich zeig das neue Gebäude. Hier, hier ist das neue Gebäude. Da ist Loot drin, den brauche ich. Ach toll, dann glaube ich auch. Da ist nämlich ein Lamy drin. Mit einer Mega-Sniper. Die heißt Boom-Sniper. Das habe ich jetzt nicht mit Boom erwartet. Darf ich einmal nicht testen? Nein, natürlich nicht. Doch, muss ich aber. Gucken wir mal, ob hier Loot ist. Hier ist gelootet. Aaaaaaah! Da muss ich ja mal gucken. Meine Sniper! Die ist ja hübsch. Aaaaaaah. Mann. Mensch. Ich hole mal hier die Kiste. Ja, toll. Was soll ich denn mit dieser Waffe? Das bringt mir ja viel. Alter, ich habe hier jetzt nicht mehr Bogen, Moni. Alter, was? Ich kann jetzt... Doch, da war Bogen... Ja, ein Schuss. ... hier unter dem, unter, da unten, unter der Kasse, die da hinten ist. Also unter der da. So, Leute. So, Leute. Leute, ich habe wieder meine Sachen zurück. Und dazu auch den Bogen. Leute. Lasst jetzt bitte ein Like, ein Abo oder falls ihr noch mehr hiervon sehen wollt. Ich mache das sehr gerne, aber das ist stressig. 100 Schüsse für den Bogen. Geil, oh mein Gott. Da... Da... Da sind die Boogie Bombs drinne. Die Boogie Bombs. Zack, hier. Bam, Boogie Bombs. Die konnte ich noch nie gegen dich einsetzen. Doch, mach ich. So. Was hast du denn Schönes? Lidi, ich habe mal... Bring mir jetzt äußerst viel, zwei von den gleichen zu haben. Ich kann nicht erst mal nachladen. Nein, Leute. Ich muss jetzt hin. Ich weiß jetzt, wo du bist. Ach, du bist wieder am Kino. Meine Güte. Ich muss wirklich irgendwann mal dieses Kino entfernen. Ja, wenn ich nichts mehr habe, muss ich auch wollen. Du hast an ihr was dran gehabt. Hättest du mal lieber drauf aufgepasst? Leute, ich muss unbedingt mal beim nächsten Update ein Medikin hinzufügen. Oh, und es ist gar. Brauche ich nicht. Oh, doch. Ist eh schon jetzt vorbei, die Runde. Aber Leute, es war cool. Leute, ich fand es echt cool. Wie gesagt, Like, Abo nicht vergessen, dann lade ich noch mehr hoch. Oder vielleicht soll ich mal die Map vergrößern und noch mehr hinzufügen. Ich gehe direkt in dieses Mega-Haus. Aber bitte kill mich nicht immer sofort. Okay? Hallo? Kill mich bitte nicht mal sofort, okay? Hallo? Du killst mich ja meistens. Aber du mich auch manchmal. Ja? Warum, wenn ich die Hüssen habe? Das ist ja schwer. Ich habe dir noch gar nicht gesagt. Hinter dem Kino habe ich noch einen Lama hinzugefügt. Das Kino hat drei Lamas. Ja! Darf ich dir kurz zeigen, was da drinne war? Das war da drinne. Ja! Leute, es muss mich mega beeilen, um diese Items zu bekommen. Ich könnte jetzt alle bekommen. Ich könnte jetzt wirklich alle bekommen. Alle. Das dauert ja, bis man irgendwann nicht echt hasse ist. Ich liebe es. Wo ich denn, weil er alles absnacken kann? Ja! Das ist doch so toll. Das macht dir doch bestimmt auch so einen Spaß wie mir. Eher weniger. Die hatte das Projekt durch Spaß gemacht. Mach dieses Projekt durch Spaß. Das ist, dass man nirgendwo mehr Muni findet. Und wenn man hier keine Waffe lässt. Ja, es ist halt in jeder Kiste Munition. Wenn dann keine Kiste mehr da ist, ist halt nirgendwo mehr Munition. Und... Okay. Ja, es ist halt nirgendwo mehr. ... Vielen Dank. Ach, da warst du. Nee, 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 so nicht. So geht das nicht. Wo bist du? Seh dich. Ach, da. Ist doch schön, wenn es bei dir backt. Ja, ich bin halt immer schlecht. Die Runde ist auch schon wieder in einer Minute vorbei. Ja! Ich habe leider keinen Mut, weil ich nichts davon habe. Oder übrigens, ich habe halt eine bessere Chance, weil sie kann nicht so gut bauen und durch bauen kann man sich halt mehr schützen. Normalerweise kann ich alle weg, aber wenn es nicht so lange gibt, dann... Ja! Nicht mal ein Problem. Bin ich hier irgendwo und habe keine Ahnung, wo du bist. Ich habe meine eigene Sniperstelle getroffen. Du weißt schon, dass ich unten bin. Ja. Alter, ich habe meine eigene Stelle oben weggesprengt. Wie soll ich denn da oben sein? Okay, Leute, wir sind bei 10 Minuten. Lass ein Abo da. Falls ich, wie die letzte Folge, sie nochmal pranken soll. Das hat mega viel Spaß gemacht. Diesmal war zwar kein Prank da, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Vor allem, du hast nichts bekommen einfach. Das ist ein Abo da, falls ihr noch mehr sehen wollt. Bis dann und ciao.